Du bist da, ist dies nun her, ich kehre zurück zu Leid. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Jawohl, ändere meine Position! Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Du bist da, ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Ich geh zum ersten Mal mit einem Zettel. Was zum Teufel? Hier spricht General Winkler. M-hm. Und die sind ähnliche Mädchen noch nicht aufgehalten. Das ist doch kein Problem für unsere Menschen zu lassen, oder? Bessler, Ende! Klar, gerne. Aber mehr als... Du, da, halt! Ich fahne nach! Ja! Du, da! Du, da! Du, da! Da! Du, da! Das war mega cool, so! Ich hab nem Munition nach oben! Du, da! Danke Schwester! Hu! Uh! Was für ein bisschen zu tun ist, n... W-uh! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Hey, hier ist dein Minicomputer. Vielleicht finden wir etwas da drauf. Hast du General Winklers neue Motorrüstung gegeben? Wieso bekommen wir solche? Dann könnte uns nichts mehr aus- Jawohl! Ein Trupp ist auf dem Weg, Kommandant! Ich ändere die Position! Ich mach das Arschloch kalt! Ja, Schwester! Du bist die beste Verleihung! Du musst mal die Position wechseln! Geht's auf, Harry! Oder schweiß mit Geschichte! So ist krass! Danke, Mann! Oh! 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 Bäh! Ugh! worship du hier! Wenn die Schmerzen sind! Alles in Ordnung, Jess? Alles in Ordnung, Jess? Alles in Ordnung, Jess? Alles in Ordnung, Jess? Hey, Jess, du warst doch mit Papa jagen. Worüber habt ihr da gesprochen? Das sag ich nicht, Toph. Warum gehst du nicht irgendwann selbst mit ihm jagen? Ich jage nur Nazis, Jess. Keine Tiere. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sofort stehen bleiben! Ist das zu fassen? Wir erledigen Regime-Bastorte auf nem verfluchten Zeppelin! Ich wünschte, Papa könnte uns jetzt sehen. Ist es euch nicht feindlich, dass ihr von zwei kleinen Mädchen fertig gemacht werdet? Haltet sie sofort auf, ihr verdammte Vision! Was ist das? Stopp! Feindlich! Verschlagung! Verschlagung! Verschlagungsgruppe! Verschlagung! Merfekt! So stehen wir! Ist aber schon Schimpf und dein Geschinke! Ich schlau' meinen Schwester! Jawohl! Sie sind in Position! Ich seh' sie! Macht weiter so! Macht die Schweine kalt! RBS dieser Roberts heavier sind ausgerehr! Das Arschloch ist jklich! Geh' dich! Hey, der Dominant hat sehr weit hinter dich! Hey, dieser Kommandant muss sterben! Oh, ich bin schon. Oh, ich bin schon. Wir sind nicht in den Länden! Achtung! Vor und hoch! Danke, Schwester! Löff die Waffen weg! Hey, Jess. Ich glaube, ich brauche hier deine Hilfe. Alles in Ordnung, Jess? Absolut bestens. Achtung, Mädels. Ich habe gerade eben erfahren, dass der General eine neue Sorte von Motorrüstungen testet. Seid also vorsichtig, ja? Natürlich, Abby. Terrorist, er ist hier! Ihr habt es im Endeffekt geschafft, ihr kleine Möbel. Es ist willkommen. Ich bin General Winkler, der Adler auf Berlin. Seid ihr bereit zu sterben. Okay. Schicken wir den Mann in den Schiff. Schicken wir diesen General in den Arsch. Dann kann der aktivieren seine Tarnung. Ich will euch eure geilen Schiff ausreißen und an euren Knochen nagen. Das Ausflug ist fähig. Schicken wir die Schiff. Ich bin in meine Position. Danke, Mann. Die Schiff. Schicken wir dich. Schicken wir uns. Die Haukauz!